Hey Skatfreunde, letztes Wochenende war Endrunde der Deutschen Tandemmeisterschaft. Ich selbst konnte aufgrund anderer Verpflichtungen nicht teilnehmen, hatte aber das Vergnügen in den letzten Tagen mit einem Teilnehmer zu sprechen und zwar mit keinem geringeren als Walter van Stegen, dem Altmeister der lebenden Skatlegende, dem wandelnden Skatlexikon. Und er hatte tatsächlich wieder zwei ganz interessante Partien im Gepäck. Aus einer darf ich mit seinem Einverständnis ein Rätsel machen und die andere habe ich euch hier mitgebracht. Und das Schöne, wenn man mit Walter spricht, da gibt es auch immer noch so ein bisschen Anekdote drumherum und hier zu der Verteilung sinngemäß das Statement. Daniel, ich habe das schon so seit 10, 15 Jahren im Kopf. Der Walter, der bereitet unfassbar viele Verteilungen im Kopf schon vor und hat quasi nur noch darauf gewartet, dass sich einmal diese echte Verteilung materialisiert, auf das er seinen Plan in die Tat umsetzen könne. Und so ist es nun passiert. Was also war los? Vorhand, Walter schaut auf ein sehr schönes Ausgangsblatt. Sechs Trümpfer, Karo ohne drei mit Aszen, Lusche an der Seite. Logisch, dass das Ding gereizt werden soll. Jetzt gibt es aber ein bisschen Gegenwehr. Der Mittelhand reizt, ohne zu zögern, bis 30 und steigt dann aus. Walter hat gehalten und jetzt hat Hinterhand auch noch Interesse und geht bis 36, die Walter noch hält. Klar, kann ja Kreuz reizen. Walter möchte Karo ohne drei spielen. Hinterhand zögert kurz, überlegt wohl, ob er tatsächlich noch aufs Handspiel geht, und schließt sich dann aber doch bei 36 zu passen. Und das ist der Moment, wo Walter jetzt erstens das Spiel hat und zweitens schon so ein kleiner, dunkler Gedanke ihm natürlich kommt. Ist ja klar, es muss nichts los sein, wenn Mittelhand Herz mit zwei gereizt hat bis 30 und Hinterhand Kreuz ohne zwei und dann das Handspiel überlegt hat, dann ist nichts los. Aber was ist, wenn hier ein einfacher Herzhand gereizt wurde und hier der Kreuz ohne zwei sitzt? Dann könnte man einen Buben finden. Und genau das ist passiert. Und leider muss man ja an der Stelle sagen, ist es auch nicht Kreuzbube. Wenn du Kreuzbube findest, dann hast du ja wenigstens noch den ganz einfachen Plan, einen Gang zu gewinnen. Buben kommen verteilt und schon gibst du überhaupt nur einen Stich in Karo ab, plus vielleicht noch einen in Pik. Aber jetzt war es der Pikbube und damit haben wir jetzt ein kleines Problem. Denn ganz offensichtlich kann der Reizwert 36 mit einem einfachen Karo nicht mehr erreicht werden, auch nicht mit Schneider. Ja, und beim Grang gibt es irgendwie einfach so ein kleines Tempoproblem, obwohl wir schon aufgrund der Reizung davon ausgehen können, dass die Buben verteilt sind. Ja, üblicherweise wird man wohl zu kurz kommen, auch wenn man Buben ausspielt. Oder wenn man Karo ausspielt. Also, was würdet ihr nach dieser Findung tun? Was würdet ihr drücken? Was würdet ihr spielen? Wie könnte ein Plan aussehen? Tja, also eine Idee noch so, Nulluwehr, könnte man ja jetzt auch machen. Hoffen, dass Pik 2-2 steht und einer die 7-8 hat und der andere Dame und König. Ja, ist aber schon krass unwahrscheinlich. Und vor allen Dingen, wenn dann auch noch lange Farben unterwegs sind, dann wird es da wohl auch noch zu Abwürfen kommen können. Also selbst bei dieser günstigen Pik-Verteilung wäre der wahrscheinlich immer noch nicht gewonnen. Man kann natürlich auch 14 Augen drücken. Hoffen, Doppelläufer, 28 dazu ist man bei 42. Ja, Bube raus irgendwie. Aber man muss ja dann tatsächlich Ass und Zehn irgendwie stechen. Man braucht in einem Stichen 21er Treffer für seinen anderen Buben, um dann hinzukommen. Wenn gerade Kreuz auf den Tisch kommt, muss man bedienen. Also das muss irgendwie auch noch im Herz passieren. Und wo jetzt wirklich zwei hohe Reizungen im Spiel sind, ist das wahrscheinlich, dass einem da eine 21er aufgelegt wird. Eigentlich nicht. So, einfach irgendwie so drücken und jetzt Bube rausspielen. Kann man natürlich auch machen und dann hoffen, dass dann nach verteilt fallenden Buben dann entweder rechtzeitig ein Pik eingespielt wird oder direkt sogar das Karo Ass auf den Tisch kommt. Aber jetzt mal ernsthaft, Leute. In einer deutschen Meisterschaft, da würden solche krassen Fehler wohl einfach nicht passieren. Das ist sehr unwahrscheinlich. Erst recht, wo eben hier eine starke Herzreizung war und da eine Kreuzreizung. Also wer immer rankommt, wird dann wo Herz oder Kreuzass auf den Tisch kommen. Das ist einfach, ja, das liegt einfach sehr nahe. Also deswegen auch der Plan hat nicht so richtig Chance, einfach hier mal einen Buben rauszuballern. Wie dem auch sei, Walter hat eine Idee gefunden. Auch die braucht einen kleinen Fehler der Gegner, aber ich finde, die ist wirklich sehenswert. Die hat Potenzial. Das ist wahrscheinlich das Beste, was man hier machen kann. Und eine coole Anekdote ist es allemal. Also, er drückt ganz cool erstmal die sieben Augen Kreuz und er spielt krank. Aber er startet nicht mit dem Buben, er startet nicht mit Karo. Dass das nicht zum Sieg führt, sehr wahrscheinlich, das habe ich ja gerade schon so angedeutet. Sondern er sagt, Pik muss erstmal doppelt laufen. Pik Ass, Pik Lusch, Pik Lusch. Pik 10, Pik König, Pik Dame. Soweit, so gut. Und das war an sich jetzt nicht nur wichtig für diese Punkte, um die 28 Augen zu holen, sondern um jetzt einen perfiden Plan starten zu können. Und zwar mit der Pik Lusch. Ja, Mittelhand wirft auf die Pik Lusch die blanke Karo 8 ab. Und Hinterhand steht, inzwischen ist es eigentlich komplett klar, wie die Karte verteilt ist aufgrund der Reizung. Hinterhand steht auf dem Karo Ass. Das ist ja jetzt logisch, hat den Kreuz ohne Zweien gereizt mit Pik Lusch Bild an der Seite und hat eine Herz Lusche. Und Mittelhand saß eben, hat ein Herz Hand gereizt mit dem Kreuz Buben. Diesen sechs Herzen der blanken Karo 8 und Pik Lusch Bild. Alles komplett plausibel. Ja, und Hinterhand ist jetzt quasi in die aufgestellte Falle als erster reingetappt, wenn man so will, beziehungsweise hat nicht erkannt, was für eine Falle seinem Partner gleichgestellt wird. Er sollte jetzt, ihr seht es vielleicht schon, er sollte jetzt stechen. Auch wenn es nur Null Augen sind. Er sollte jetzt stechen und dann jede andere Karte spielen als Karo Ass. Und dieses Spiel wird verloren. Aber es ist natürlich ein Fehler oder eine Karte, die irgendwie erstmal nahe liegt. Und Null Augen ist ja nun wirklich kein Angebot, wo man direkt denkt, da schnappe ich zu. Die blanke Herz 8 liegt, sieht erstmal wie eine naheliegende Karte aus. Und die wurde hier gespielt. Das heißt, Walter bekommt einen Null Augen Stich. Aber das Wichtige an diesem Stich ist die Karo 8. Denn die fehlte, um ein Motiv umzusetzen, um eine Falle zu stellen, die zwar auch selten ist, aber schon bekannt ist, wenn man eben hier so eine Trumpfkürze hat mit einer 6er Länge ohne dem Ass, dass man jetzt einfach die 10 rausspielt. Und wenn der Spieler hier eben auf den Bluff reinfällt und das Ass gedrückt vermutet, dann einsticht. So ist das jetzt auch hier passiert. Dann muss vom anderen Spieler das Ass fallen. Und damit löst man quasi sein Tempoproblem. Es ist das Ass raus und es ist ein Bube raus. Und plötzlich gewinnt das Spiel genau die Stabilität, die es braucht. Und das hat hier hingehauen. Und es hat nicht nur das hingehauen, sondern ihr seht es vielleicht. Walter hat jetzt Rest. Das heißt, er hat die Gegner bei diesem Spiel sogar Schneider gespielt. Und ja, kann man jetzt sagen, ja Mensch, mit Kreuz Bube sollst du doch nicht stechen. Aber wenn du so in diesem Gefühl bist, da zieht einer nur noch seine Vollen durch, wenn das so selbstbewusst vorgetragen wird, wenn man glaubt, das Ass ist gedrückt. Ja, das ist zumindest ein Fehler. Der passiert am Tisch. Und so gesehen war das mit Sicherheit ein Plan, der die höchsten Erfolgsaussichten hatte und der jetzt auch wirklich noch spektakulär mit dem Schneider geendet ist. Also Dankeschön, Walter, dass du uns teilhaben lässt an diesem Vortrag. Und ja, ganz im Ernst, wer wäre denn darauf gekommen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob euch das gefallen hat. Und damit gehen Grüße raus und ein schönes Wochenende an alle Skatfreunde. Macht's gut. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare.